Servus, zwei Wochen keine Videos und davor ganze zwei Monate nicht. Also falls ihr mich noch kennt, hi, aber das ist nicht das erste Mal. Ich habe da mal eine Pause gemacht, da habe ich aufgehört mit YouTube, da hatte ich wieder eine kurze Pause gemacht, da hatte ich keinen Bock mehr und da hatte ich zu wenig Motivation. Und generell, was soll die Scheiße? Ich hasse es einfach gerade, wie es zurzeit läuft. Ich verfolge seit drei Jahren mein Ziel auf YouTube und erreiche es einfach nicht. Mein Ziel ist nicht 10.000 Euro, mein Ziel ist nicht 10.000 Abonnenten. Mein Ziel ist einfach nur erfolgreich zu sein und das bin ich gerade nicht. Für andere ist es erfolgreich im Sport, erfolgreich im Job, einen guten Job bekommen oder auch erfolgreich in Musik zu sein. Für mich ist es aber einfach das hier mit euch. Ich hatte eben schon ein Video aufgenommen, wo ich 15 Minuten rede. Wieso, weshalb, warum, bla bla bla. Aber ich bin ehrlich, ihr seid nicht bereit für die komplette Zerstörung. Ich bin bereit, ich bin informiert, ich bin bereit, gar nicht los. Hier auf diesem Kanal kommen ab jetzt Gaming-Videos aller Art, das was ihr euch wünscht. Hier meine erste Challenge. 200 Abonnenten auf YouTube dieses Jahr, 1000. Nächstes Jahr, Twitch. 100 Follow dieses Jahr, 500. Nächstes Jahr, TikTok. 1000 Follower dieses Jahr, 10.000 Follower nächstes Jahr. Und hier noch paar kleine andere nebensächliche Punkte. Während meiner Schulzeit ein Video die Woche und das jeden Sonntag um 17 Uhr. Während den Ferien drei Videos die Woche, Dienstag, Donnerstag und Sonntag jeweils 17 Uhr. So wie viele spannende Streams auf YouTube sowie Twitch ab 17 bis 22 Uhr. Und 120% Motivation für dieses und alle anderen Videos. Deswegen Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe die ganzen Sommerferien gedacht, was mache ich hier? Und Leute, Challenge Accept. Ich bin der AbhМ押. Goodbye.